Hey Gamefans, macht euch bereit für den neuesten MMO-Rollenspiel-Hit. Denn jetzt kommt World of Bandcraft. Dunkle Schatten erheben sich über dem Lande Gnampf. Hast du es, was es braucht, sich gegen die Bedrohung aus dem dunklen Azznogrillgrimf zu stellen? Finde es heraus in World of Bandcraft, dem neuen MMO. Das ist albern. Und das Kostüm riecht nach Iltis. Was zur Hölle ist überhaupt ein MMO? Das neue Massive Multiplayer Online Dings. Meine Arme sind zu kurz für Massive. Und für Multiplayer sind hier eindeutig zu wenig Leute. Nope! World of Bandcraft. Das neue Massive Multiplayer Online Dings Rollenspiel. Falls es eine Rolle spielt, ich gehe jetzt offline. Tschüss!